Na, wie läuft es mit dem FC Elwa? Als ich vorgestern abgeschaltet habe, warst du noch den Kaderarm zusammenstellen. Herr Gamegecki, es läuft mit dem FC Elwa mittlerweile ganz gut. Es läuft mittlerweile ganz gut. Also wir haben gestern den Weg rausgefunden aus unserer Ergebniskrise mit ganz vielen Gegentoren. 2-2 gespielt gegen FCI Levadir U21 und wir hatten einen 1-0-Sieg gegen unseren direkten Konkurrenten Tulewik. Acht Tulewik-Fans sind mitgereist, acht Auswärtsfans. Insgesamt 168 Leute vor Ort und haben jetzt noch die letzten sechs Spiele gegen beide Wimsy, Allianz, Nome, United, Hadio und Pernu. Stehen in der Tabelle eigentlich ganz gut da. Hier müssen wir rein. Einen Punkt weg von Platz 4, wenn wir den erreichen sollten, wäre sehr nice. 5 wäre völlig in Ordnung. Platz 6 ist ein bisschen wahrscheinlich schon zu wenig. Und dann sind es ja ordentlich Punkte nach unten. Klassenhalt ist trotzdem noch nicht fix. Ziel ist den Klassenhalt aber möglichst schnell durchzukriegen, damit wir endlich hier verlängern können mit den Spielern, deren Vertrag ausläuft. Und das sind halt ein paar. Weil die haben noch keinen Bock da irgendwie drüber zu quatschen und so. Das ist kacke. Ja. Ich bin generell bereit über die Vertragsstellung nachzudenken, allerdings nicht zu diesem Zeitpunkt. Ein neuer Vertrag hätte schlechtere Konditionen. Das sagt er, der Jürgen und die anderen sagen, die haben nicht so Bock auf eventuell Abstiegskampf da. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen was abarbeiten. Ja. Ein bisschen was abarbeiten. Ansonsten haben wir gestern taktisch einen großen Schritt gemacht. Taktisch einen großen Schritt gemacht. Hier. Wir spielen jetzt ein ganz klassisches 4-4-2. Mit wenigstmöglichen Anweisungen oder sehr, sehr wenigen insgesamt, damit die nicht überfordert werden. Das hat gut funktioniert. Vor allem hier mit Eichelmann in der IV. Und wir haben noch dazu unser Scouting so ein bisschen mal angefangen, ja in Anführungszeichen auszubauen, wenn man will. Da haben wir insgesamt drei Fokusse. Sagt man? Ist der Plural von Fokus Fokusse? Fokusse? Keine Ahnung. Haben wir auf jeden Fall rausgehauen. Und ja. Da kommt aktuell leider noch nichts bei rum. Aber vor allem ein Verteidiger, der relativ groß ist mal, um die Defensive nochmal zu stärken. Und dann allgemein Spieler in Estland, deren Vertrag ausläuft oder die vereinslos sind. Damit wir da nochmal eventuell was holen können. Inwieweit der das hinkriegt, der Säger, ist natürlich die Frage. Klar. Wir sind ein bisschen. Wir sind jetzt nicht so stark. Muss man sagen. Micha. Hallo. Fokusse. Richtig. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir den FM vorgestern auch installiert. Mal schauen, wann ich die Zeit dafür finde. Würde gerne einen vor allem in Afrika übernehmen. Elfmein Küste oder Zimbabwe, würde ich fühlen. Ich weiß gar nicht, ob die alle drin sind. Ich glaube, da brauchst du wahrscheinlich eine andere Datenbank, als wir sie haben. Bei uns ist nur Südafrika mit drin. Das weiß ich gar nicht. Afrika, kann man das spielen? Gibt es da gute Datenbanken? Könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben. Ansonsten, trainingstechnisch könnte man heute nochmal so ein bisschen reingehen und die individuellen Trainingsziele anpassen. Das könnte man heute nochmal machen. Werden wir mal gucken. Aber was wir jetzt erstmal machen ist, nochmal schauen, ob wir den ein oder anderen kritisieren, loben können, was auch immer. Da, Henry Eichelmann. Ja, okay. Die sind alle schon wieder negativ eingestellt. Lassen wir das mal. Auf FM-Scout von Dave, da hat man eigentlich die meisten Länder der Welt. Aber, also entweder, weil ich hab doch das von Dave, dachte ich, oder? Halt nicht Einstellungen, sondern Liegen hinzufügen. Das sind die Liegen nämlich, die ich hab. Wollte ich da ein anderes? Ich hab nur hier unten Südafrika. Halt ich das raus? Nee, da ist Südafrika. Huch. Was hatte ich da drin, ne? Noch nicht bestätigt. Erinnerungen. Nein, alles gut. Ja, interessant. Weiß ich nicht, woran das liegt. Achso, und wir müssen das Training nochmal schnell einstellen. Das sollten wir noch tun. Das ist ja ein Verein in der Kreisliga gegründet und den wird es in die Bundesliga geführt. Brauchen wir eine andere Herausforderung. Let's go. Das machen wir jetzt nämlich noch schnell. Und zwar spielen wir hier. Das heißt, da können wir das Training einstellen. Ich glaube, wir machen es mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, was in so niedrigeren Ligen mit einem semi-professionellen Verein trainingstechnisch gut ist, ne? J-W-E-R. Hallo. Stick, danke für dein Follow. Du hast mal Minecraft gespielt. Ja, Astronautowitsch. Wer hat denn mal nicht Minecraft gespielt? Aber wie kommen sie da jetzt drauf? Hä? Minecraft? So, kein neuen Vertrag anbieten. Leihspieler behalten. David Leta. Das müssen wir alles gucken. Glubber da. Grüße. Hol dir so einen geilen türkischen Quark im Oro. Lacer Moin. Wie läuft's denn? Er war sehr gut. Gegenpressing musst du denen beibringen. Das ist halt die Frage, ob die das können. Blazedouble unter deinem Tweet. Moment, das muss ich angucken. Felix, danke für dein Prime-Sub-Achtermonat. Willst du willkommen zur ersten Folge des neuen Minecraft-Projekts hier bei mir, bei eurem Badeschlappen. Und damit habt ihr es also... Guten Morgen, NR10. Was ist da gerade passiert? Blaze, lösch das bitte. Sonst muss ich meinen Anwalt einschalten. Gottes Willen. Danke, Felix. Fast ein Kind schon. Fast ein Twitch-Kind. Acht Monate. Gegenpressing hast du ja auch eingestellt, da er die Frage hat, ob du das in der Taktik nicht auch rausnimmst. Ja, aber ich glaube, das ist an sich gar nicht so schlecht, das da mit reinzunehmen. Also prinzipiell. Aber ich weiß nicht, ob das trainingstechnisch viel Sinn macht. Weil die gegnerischen Spieler, also ich sag mal so, rennen, laufen, können alle an sich. Und die anderen haben auch nicht so die ganz große Technik am Start. Kannst du schon den Ball schnell zurückerobern, ne? Moin, Alex. Endlich wieder im FM, so schaut's aus. Nice, Klobaras, ja nice. So, verfügbare Spieler. Mario Punda. Immer 90 Minuten. Im nächsten Spiel. Mama, Mama, 45 Minuten. Kann sein, dass wir den nochmal brauchen für unser Spiel dann gegen Paide. Lina Meskont U21. Okay. Das ist doch Bill Pecklack. Ich klicke's nicht an. Ich klicke's nicht an, einfach. So, Probetraining ändert. Von Mark Petrov. Vertrag endet morgen. Achso, das ist der Probetrainingstrag, ne? Genau. Probetrainingvertrag, ja. Ja. Ich meine, der ist nicht gut. Aber, wenn wir den mal vergleichen, mit Leta. Probetrainingstrag. Probetrainingstrag? Hab ich das gesagt? Gott, der ist so hin. Ähm, jetzt schauen wir mal. Flügelspieler auf Unterstützen. Da wäre Mark Petrov schon einer, ne? Soll ich den mal mitnehmen? Für diese Song noch. Die Sache ist halt, Leta wird uns verlassen. Ich glaube, wir können den durchaus mitnehmen als Backup. Als Backup für Leta. Und wenn Leta uns vertragt, also wenn Leta uns verlässt nächstes Jahr, oder am Ende der Saison, ähm, weil der nur geliehen ist, dann haben wir wiederum ihn trotzdem weiterhin als Backup, ne? Also ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Aber die Frage wird sein, wie viel er kostet. Wir gucken mal ganz kurz in unser Gehaltsgefüge. Also, Jürgen ist der Topverdiener mit 15. Also ich sag mal, der sollte eigentlich unter 3 verdienen. Kriegen wir das hin? Unter 3? Ich hab keine Ahnung, was der natürlich fordert und wo der vorher gespielt hat und so, ne? Ähm, Kalina, Kalina Kalev. Was? Schauen wir mal. Sofort ist der Start. Talent vor Durchbruch. Sehr gut, das wär super. Dann will der doch nicht viel, oder? Hä? Achso, ich, ne? Ah, hier unten. Ach, weil der gar kein, äh, 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 Dingens hat, oder was? Ach, stimmt. Ich kann den ja wieder nicht registrieren. Amateurvertrag. Aber ich kann den nicht registrieren, oder? Chat, kann, äh, äh, finde ich das irgendwo raus, ob ich den noch im Nachhinein registrieren kann? Spieler dürfen zwischen dem 1.1. und 1.1. nicht für mehr als 2 Vereine in Pflichtspielen eingesetzt werden. 3 Vereine, wenn ein Spieler zwischen Vereinen wechselt, die verschiedenen Verbänden angehören. Ähm. Kaderregistrierung. Spieler können zwischen 25. Dezember und 25. Februar gemeldet werden. Ne, 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 ne. Können wir nicht. Können wir nicht. Clip von Leivi. Können wir nicht. Dann schauen wir uns schon an, was habe ich, was ich da von mir gegeben habe. Also. Moment, Moment, Moment. Vertrag endet morgen. Achso, das ist der Probevertrainingstrag, ne? Genau. Adi Donis mein. Was habe ich gesagt? Also, das ist der Probevertrainingstrag, ne? Der Probevertrainingstag? Also, das ist der Probevertrainingstrag, ne? Genau. Probetraining. Vertrager. Also, das ist der Probevertrainingstrag, ne? Genau. Der Probevertrainingstag. Naja, Freunde. Naja. Fragwürdig. Der Barbermoin. Was geht? Fragwürdig. So. Naja, gut, aber dann hat das keinen Sinn. Dann hat das leider keinen Sinn. Weil dann, äh, geben... Oh, Erster gegen Zweiter. Also, wenn Nomme das jetzt auch noch verliert. Um Gottes Willen! Was ist mit Nomme los? Malzeit, Klassinio. Komm, muss ich gleich husten. Was ist mit Nomme los? Die verlieren gegen Letzten. Der erste Sieg für Alliance. Vier, drei. Die verlieren gerade alles. Nomme. Ist ja Wahnsinn. Hadio sichert sich schon mal den Playoffplatz. Die haben 3-0 geführt auch noch, als ob. Jetzt wird's aber, jetzt wird's aber kritisch. Die haben nur gegen Wimsy zwischendurch mal gewonnen. Alles andere verlieren die. Die führen bis zur 71. Minute 3-0. Und vergeigen das noch. Ei, 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 ei. Ne, auf Rang 2 können wir's nicht mehr schaffen. Also, wahrscheinlich rein rechnerisch, ja. 44, 10 Punkte. Ein Spiel weniger. Beziehungsweise Tulewik wird gewinnen, haben die 56. Dann wären's 12 Punkte. Also, rein rechnerisch ist es noch möglich. Aber eigentlich so gut wie nicht. Scheurer, 14 Monate. Hab wegen dir auch eine FM-Karriere gestartet. Bin dann zufällig auch beim FC Elber gelandet, weil die anderen Kandidaten mich nicht wollten. Ja, sehr gut, Scheurer, sehr gut. Sehr gut. Dankeschön für den Resub und viel Erfolg beim FC Elber. Mal schauen, wer der bessere Trainer ist für den FC Elber. So, da machen wir mal wieder ein Unentschieden. Ich will halt eigentlich noch ein bisschen ein, zwei Plätze nach oben kommen, ne. Aber ich will jetzt auch nicht, dass der auf dem Playoffplatz gewinnt, damit's nach unten nochmal hängen wird. Unentschieden wär gut. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, mitten im Sieg würden wir schon mal klettern. Wird ein Unentschieden sogar auch. Er ist safe schon aufgestiegen. Mann, der Scheurer ist schon aufgestiegen. Schwierig gefühlt. Halber Kader kann nicht registriert werden. Man kann nie die Bank voll machen wegen Eigenwechseln. Ja. Was spielst du für einen, ähm... Irgendwie kommen wir da nicht weiter, ne. Äh, welche, welche Formation spielst du? Flügelspieler sind halt auch relativ rar gesät, ne. So. Also, gehen wir rein. Äh, in der 10, wenn du möchtest, gerne eine Wette starten. Pecklack ist heute raus. Pecklack ist krank. Den lassen wir schön in Ruhe. Der darf heute einfach nur genießen. Oder es ertragen. Je nachdem. Das muss eher entscheiden, ne. Wie man das nennt. Und dann schauen wir mal. Zu wie vielen Ligen geht der FM? Ähm, ohne Mods und Co. Bis in die Dritte inklusive. Und mit Mods bis Oberliga. Landesliga, Oberliga, glaube ich. Ausrufezeichen Mods im Chat. Dann habt ihr da alle Infos. Trainingsplan für die kommende Woche. Da schauen wir uns wieder an, wenn es soweit ist. Ja klar, wir wollen, dass es weiter wie am Schnürchen läuft. Die gute Form beibehalten und Siege einfahren. So muss das. Landesliga, ja. Da können wir rein. In die Wette. Viel Erfolg. Cairo will den Titel einfahren. Nur noch ein Sieg entfernt. Okay. Gewinnt Cairo gegen Wimsi. Holen die sich den Titel. Und sind damit fix aufgestiegen. Die Frage ist tatsächlich auch, was wir mal gucken können. Wer würde denn Stand jetzt von oben runterkommen? Talina Kalev. Und Flora kämpft da oben, unser Partnerverein. Da werden wir uns auch mal drum kümmern im nächsten Jahr. Ob wir da eventuell den einen oder anderen Leihspieler holen können von denen. Das wäre sehr, sehr gut. Schaut mal, wie die durchrasieren. Also das müssen wir nutzen. Das müssen wir echt nutzen, dass wir dann guten Kontakt zu denen haben. Die haben bestimmt ein paar gute Jugendspieler. Und Vaprus könnte als Pokalsieger auch runter müssen. Aber Levadia, die holen das schon. FCI, Levadia. Die holen das schon. Muss man sagen. Robert Kürs, ist das ein Deutscher? Nee. Erstes Länderspieltor gegen San Marino. Ein Nationalspieler. Ich schneide jetzt den Ibiza-Vlog von mir und meiner Freundin. Freue mich so drauf, den in vier, fünf Jahren anzuschauen. Nice, Paul. Das klingt gut. Ich glaube, wir können einen Riesensprung machen. Wenn wir auswärts bei denen gewinnen, dann wären wir sogar vürter. Das wäre natürlich stark jetzt. Rauzep kann auf jeden Fall spielen. Das ist gut. Deutschland-Nationaltrainer muss hier entscheiden. Flick wird bis zum 21. Oktober noch einige Probleme bei der Nominierung seines vorläufigen Deutschland-Kaders für die WM zu lösen haben. Hofmann wird definitiv ausfallen. Glücklicherweise gibt es sonst keine weiteren Verletzungssorgen. Es gibt jedoch auch gute Nachrichten, da Mats Hummels berichten zufolge, dass er seine Verletzung überwunden hat. Wenn der wüsste. Wenn der wüsste, der Mats. So. 127 Karten sind verkauft. Ich hoffe, der ein oder andere Fan macht sich mit auf die Auswärtsreise. Und wir haben wieder Kuzarev da. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Also Kuzarev ist wieder da. Wir haben aber das letzte Pflichtspiel. Da haben wir zum allerersten Mal zu Null gespielt. Lass ich da Küt drin? Oder bringe ich ihn? Kuzarev, der meiner Meinung nach einen Ticken stärker ist. Küt ist aber eh ein Spiel von der Gelbsperre entfernt. Viele schon wieder, ne? Oh, Eichelmann, auch Eichelmann. Pass auf, Junge. Mach keinen Scheiß, Eichelmann. Ich glaube, wir spielen so. Mach mal Ausrufezeichen Mods, André. Da findest du einen Link. Danach kannst du gucken. Da wird es mit aufgeführt von Terry. Gehen wir rein. Was ist hier los von Tavis? Moin. Gibt es das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage? Meine Damen, meine Herren. Das wäre der Wahnsinn. Wir hatten übrigens bisher noch gar keinen Leck, oder? Scheiße, der ist unsicher. Maninen ist unsicher. Ich habe ein Windows-Update gemacht. Was irgendwie heute kam. Ah gut, das Spiel hängt leicht. Aber das ist auch schon besser. Also keine Ahnung, warum das jetzt läuft. Jetzt machen wir nur mal hier wieder Spielfeldrand, genau. Sehr gut. Ist das richtig, dass die Wette 30 Minuten geht? Ja, schließt, sobald es losgeht. Hat NR10 gesagt. Ist jetzt auch geschlossen. Die kann man jederzeit schließen. So, gehen wir rein. Acht Minuten durch. Das ist noch kein wirkliches Highlight. Tulevik führt. Wimsi führt gegen Heiru. Also stand jetzt Meisterfeier vertagt. Meisterfeier vertagt. Es gibt den Freistoß. Jürgen Cureso. Railsen. Lita, versucht es doch mal direkt. Kann man machen. Wie klar, ich denke, eine Grafikeinstellung kann sein. Wobei wir die ja im letzten Stream auch schon hatten. Aber da habe ich das Game halt nicht neu gestartet, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist eine Partie, in der relativ wenig passiert. Aber mir gefällt es sehr gut, dass unsere Defensive mittlerweile da hinten gut steht. Und wir so gut wie nichts immer zulassen. Tulevik 2-1 gegen Flora. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dann für uns. Cureso Railsen. Kann auch Memory League gegeben haben. Was ist das, Rocket? Was ist ein Memory League? Und was hat das mit dem FM zu tun? Jetzt komm, Jürgen. Jürgen! Freistoßtorchheit. Ich habe leider noch nicht die Tormine drin. Fällt mir gerade wieder auf. Es tut mir sehr leid. Aber die müssen wir uns immer noch erst verdienen. Was ein Törchen, Jürgen. Feinfuß Jürgen mit links oben rein in den Knick. 2-1. Aktueller Stand der Dinge in der Tabelle. Ihr seht es. Platz 4. 47 Punkte. Momentan 7 Punkte weg vor Nomme. Ist da noch was drin? Das wäre natürlich der Wahnsinn. Ich meine, Nomme verkackt gerade. Tulevik spielt gerade auch noch unentschieden. Und wir spielen noch gegen Tulevik. Wir spielen noch gegen Nomme. 10 Punkte nach unten. Das sollte damit eigentlich durch sein. Auf jeden Fall. Hat sich allerdings Bremen damals auch gedacht. Jürgen. Jürgen dreht das. Das heißt, Jürgen auf dem besten Weg, den Meistertitel einzufahren. Und wir gehen erstmal in der Kabine. Wir gehen erstmal in die Kabine. Ich will nicht mal den Hauch von Selbstzufriedenheit sehen. Weiter so. Weiter so. Unzufrieden mit den Abschlussversuchen im Sturm. Wir sind in Estland, Tobi. Zweite Liga Estland. Da fängt unsere Journey an. Unsere wunderbare Reise ins Glück. Hin zum Thron des europäischen Trainertums. Wir wollen Champions League irgendwann spielen. Wir wollen in der Top-Liga landen. Beim Top-Verein. Wir werden uns hocharbeiten. Eier Rocket. Okay, gut zu wissen. Kann man das irgendwie kontrollieren? Nachsehen? Ändern? Während des Streams? Wahrscheinlich dann nicht, oder? Wenn es mal der Fall wäre. Wieder der Jürgen Laussohn. Sieht denn da so ein bisschen direkt auf dem ersten Posten? Fall geht nicht rein. Mal an ihnen. Äh, Railson. Verlager den. Klappt nicht ganz. Musst den FC Elfer in die Champions League führen. Ne, 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 ne. Das ist kein Safe-Over, nur mit dem FC Elfer spielen. Das wird aber wieder das Schwierige werden, sich irgendwann vom FC Elfer zu trennen. Und zu sagen, gut. Nächster Step. Aber das ist halt nun mal eine Journey. So macht man das in der Journey. Kiek. Kiek. Quer. Gut geblockt gegen Lutz. Bisschen konzentrieren jetzt hier im zweiten Durchgang, bitte. Tambedu. Eichelmann, super. Das ist ein Abschluss. Gebe ich mal mit Konzentration, Freunde. Schaltet euer Hirn ein. Die Defensive steht wieder gut. Einen einzigen Schuss aufs Tor zugelassen. Nach vorne geht halt relativ wenig. Aber. Da haben wir gerade das Quäntchen Glück. Aber der Blick muss immer hier auf die Defensive sein. Wir müssen hinten gut stehen. Und im Idealfall macht Flora noch ein Türchen. E-Waste kriegt gelb. Küt und Eichelmann bitte nicht gelb kassieren. Vor allem nicht Eichelmann. Maninen. Lauf, sonst kommt nicht hin. Toreso. 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 Ist das gut. Ist das gut. Ist das gut. 2-0. Überragend. Also das sieht gut aus, dass wir hier drei Punkte mitnehmen. Das heißt, ich werde jetzt auch schon mal wechseln. Kuzarev werde ich bringen für Küt. Auch wenn er Eichelmann raus müsste. Und Libin bringen wir auf der Linksverteidigerseite. Damit auch Kuzarev wieder ein bisschen Spielpraxis kriegt. Für den Fall der Fälle, dass er bald von Beginn an ran darf. Beziehungsweise wenn Küt gelb gesperrt ausfällt. Ansonsten werden wir jetzt gleich noch Kuzarev und Laußen rausnehmen. In der 75. würde ich sagen. Hadio holt sich auf jeden Fall den Titel. Die steigen also als Meister auf. Flora gegen Tulevik immer noch 2-2. Die Chance lassen wir noch durchlaufen. Überragender Ball. Kommt aber nicht ganz hin. Haben wir nochmal mit dem Rauzepp. Hält den im Spiel, macht er gut. Ball in die Spitze, kommt nicht an. Ja, das Problem bei Eichelmann ist. Wie wir den am besten... Ach, diese Drecksilfer, die wir gegen uns kriegen. Das ist Wahnsinn. Kommen wir mal ran hier, bitte. Also, der Torwart soll rankommen, nicht der Gegner. Lutz macht ihn. Benutigen. Wir könnten mal gucken, dass wir Eichelmann in irgendeinem Spiel, wo wir wissen, im nächsten Spiel wird es relativ leicht vermeintlich. Ne, den lasse ich drin. Ich bringe Lock hier. Das war da nochmal eventuell wechseln. Okay. Äh, wechseln. Das wird ihn da nochmal ein bisschen härter in die Zweikämpfe gehen lassen, damit er dann sich eine gelbe holt. Tulevik führt 3-2. Scheiße. Reilson. Flanke. Kommen wir nicht hin. Schauen wir mal die Chance an. Und danach, glaube ich, werde ich taktisch nochmal ein bisschen defensiver gehen. Nochmal Lutz. Flanke. Weg. Wir machen den wieder auf Verteidigen. Das kennen wir schon. Wir machen den wieder auf Verteidigen. Ein Wechselfenster haben wir noch. Beruhigen. Kigo, 15 Monate, welcome back. Danke, Kigo. So, letzter Wechsel. Cureso raus? Fragezeichen, muss ich fast, ne? Put da nochmal rein. Und dann heißt es Daumen drücken, dass das reicht. Daumen drücken, dass das reicht. Fünf Minuten gibt es oben drauf. Einer verletzt. Also der heißt einer. Nicht irgendeiner, sondern einer. Gut. Drauf, drauf, drauf. Also, nicht drauf, aber erobern, gut. Sehr schön. Raut Zepp, klär ihn. Sehr gut. Sehr gut. Hat er. Enges Ding bei den Expected Goals, yo. 1-3-0 zu 1-2-0. Der Elf hat es halt rausgerissen, ne? Aber wir kriegen eine Chance. Cureso. Komm nicht an den Ball. Hanson. Nein. Was ist das denn? Um es gehör aufzulachen. Gebt nochmal die Chance. Raut Zepp. Da ist niemand. Railsner. Railsner. Abgelegt. Lockert den Außenpfosten in der 96. Schleusetime war das. Oh, Mann. Katze gerade mies zurückgeschreckt durch meinen Schrei. Oh, sorry. Sorry, Katze. Ich lasse das nicht noch hergeben. Was ist das für eine Schlussphase? Geklärt. Schiedsrichter pfeift ab. Am Ende ist es ein 2-2, Freunde. Ich spiele mit dem S04. Eine schlechtere Hinrunde im FM als in echt. Bei mir gibt es gerade nichts zu lachen. Uh. Das ist bitter. Expected Goals. Pider mit mehr auf jeden Fall für die Wette. Ich bin unzufrieden. Ähm. Bitter, 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 ey. Damit krebsen wir weiter auf Platz 6 rum. Oh, wir hätten so einen großen Schritt machen können. Tulewig gewinnt. Hairu ist Meister. Glückwunsch an Hairu auf jeden Fall. Wir hätten so einen großen Schritt machen können. Wir haben auch noch 2-0 geführt, ja. Wir kriegen so ein Kack-Tor in der letzten Sekunde. Und ein Elfer. Ist das ein Elfer und ein Kack-Tor? Ha. Also das ist, was wir Elfmeter gegen uns kriegen, ist wirklich Wahnsinn. Wir kriegen wirklich fast in jedem Spiel ein Elfer gegen uns. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Kaum spielt Kutzer, der wieder. Hat der den verursacht? Jetzt gehen wir erstmal rein ins Training. Vor Wimski. Spielt so etwa FIFA. Elfer geschenkt, dämlich der Torwartabpraller genau zum Gegner. Selber ballert man den an dem Pfosten. Also so ist das. Aber ihr merkt, ich bin, ich bin trotzdem, ähm. Machen wir mal so. Ähm. Ne, machen wir Ausdauer. Äh, ich bin trotzdem alles in allem Soweit, äh, ganz, ganz zufrieden, wie es halt momentan läuft, ne. Auch wenn wir jetzt nur unentschieden gespielt haben. Aber dass wir jetzt seit drei Spielen nicht mehr verloren haben. Und unsere Defensive halbwegs gestärkt haben. Es ist immer noch zu viel. Aber wir haben jetzt in drei Spielen drei Gegentore bekommen. Das heißt, in den letzten drei eins pro Spiel im Schnitt. Und davor waren es drei im Schnitt. Also es ist schon mal deutlich besser geworden. Ne, das ist schon mal deutlich besser geworden. Aber natürlich noch nicht da, wo wir es brauchen. Kahnstein, dankeschön für den Prime Sub im fünften Monat mittlerweile. Welcome back. Und Kiel Speeds, danke für dein Follow. Ist in meiner Stimme los. Danke euch. Eichelmann in die I fortzupacken war, war der Key. Ja, für die defensive Stabilität. Absolut. Die Stimme muss man wieder mit einem Käffchen geölt werden. Ja, hab ich ja noch. Ein Schlückchen hab ich noch. Ich brauche ein Schlückchen hab ich noch. Copa Colombia Sieg. Der Copa Colombia Sieg. Medellin. Junior Atletico Nacional. Oh, was ein Stadion, ne? 53 gebaut, 40.000 passen rein. Estadio Atanzio Giradot in Medellin, Colombia. Wahnsinn. Jefferson Duque. Was geht mit ihm ab? Was geht mit ihm ab? 39 Spiele. Hä? Hier. 20 Tore. 51 Einsätze, 23 Buden, zwei Vorlagen. Chillix. Moin, moin. Grüße. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? No, what she's missing. Das heißt übrigens, wir werden, jetzt lass mal gucken, wir haben noch fünf Spiele jetzt, ne? Ja. Und wir haben heute Mittwoch. Das heißt, wir werden diese Woche, es gibt ja heute den Stream, bis um zwei bin ich ungefähr da, dann gibt's morgen einen Stream und dann gibt's am Freitag einen Stream. Wochenende bin ich höchstwahrscheinlich raus diesmal. Ähm, das heißt, wir werden aber diese Woche die erste Saison beenden. Das ist doch was. Eventuell wahrscheinlich schon morgen und am Freitag schon die Planungen für die nächste Saison machen, ne? Schauen wir mal. Alles gut, lang ist es her. Ich freue mich, das Spiel wieder intensiver zu suchten. So muss das. Der darf spielen. Punda. Heute 45 Minuten, dass der sich nicht verletzt. Neuer Drei-Jahres-Vertrag für Atleticos Carrasco. Oder vielleicht neuer Verein. Wenn wir diese Saison natürlich unfassbar erfolgreich bestreiten und uns irgendwo bewerben können, wo es Sinn macht. Ich glaub's aber fast nicht, dass wir direkt schon wechseln, ne? Jetzt schauen wir mal kurz in die Champions League. Schauen wir mal kurz in die sogenannte Champions League. Also, Liverpool auf 1, Real. Warte, wir machen's anders. Wir machen's so. Liverpool auf 1, Real auf 2, Benfica 3, Roter Stern Belgrad auf 4. Noch keinen einzigen Sieg geholt. Noch nicht mal ein Tor gemacht. 0-3, 0-5, 0-1, 0-5. Aber das deutet darauf hin, dass da Liverpool und Real durchgehen. Dann haben wir Gruppe B. Milan, Atletico, Donetsk, Dynamo, Zagreb. Milan schon durch. Gruppe C, PSG. Oh, Einthof, Leipzig, Salzburg. Das wird nochmal interessant werden zwischen den Top 3. Chelsea, Dortmund, Ajax, Trapsons. Boy, ist natürlich auch eine Wahnsinnsgruppe. Auch da ist noch nix entschieden. In Gruppe E, Barca, Porto, Leverkusen, Pilsen. Beide schon durch. Leverkusen und Pilsen streiten sich um die Euroleague. Porto, Barca im Achtelfinale der Champions League. Gruppe F, Napoli und die Bayern durch. Tottenham. Oh. Moin Malzbier. Was ist denn mit Tottenham los? Eieiei, Haaland übrigens den besten Schnitt. Und Jack Byrne von Shamrock Rovers. Oh, da ist wahrscheinlich Quali noch, ne? Dann haben wir Gruppe G. Inter Frankfurt. Sevilla Celtic, Frankfurt auf zwei. Frankfurt mit einer guten Chance durchzumarschieren. Sehr schön. Und in Gruppe H, Main City und Juve durch. Sporting und Marseille scheiden demnach scheinbar aus. Bin jetzt mal auf dem Chris Kindelsmarkt. Das. Moment, Jack. Was ist denn das? Ich hoffe, ich kann schnell genug noch ein Foto machen. Kann ich leider nicht. Da war so ein Oschi gerade auf dem Baum. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vogel war. Nicht Elmo. FIFA Jogger, 46 Monate World Comeback. Darf ich jetzt VIP sein? Schau mal, wie treu ich bin. Nein. So funktioniert das nicht. Skyder war. Guten Tag, Coach. Guten Tag, Skyder. Da war gerade eine Riesen-Oschi. Wahnsinn. Ähm. Ein Exhibitionist. Ja, nicht direkt. Schreibt man die so? Ach so. Europa League. Hä? UEFA? Wie nennt man das denn hier? Wie ist denn der drin? UEFA? Eu? Europa League. Da unten ist er doch. So, was haben wir denn da? Arsenal, Bodo Klimt. Ist das nicht der Ex-Verein von Mocky? Harz of Midlothian und Partizan, Belgrad, Lazio, Wien, Gent, Limmersol. Uh, Freiburg auf 1. Aber Sociedad, Kopenhagen auch sehr, sehr stark mit dabei. Roma, Feyenoord, Monaco, Fener Union mit guten Chancen. Man United marschiert durch. Da haben wir leider immer noch kein Wappen. Phil Graz. Äh, Phil Graz. Sturm Graz. Es tut mir leid, Phil. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und die Rangers, das sieht auch nicht gut aus. Gabriel Cezus, Top-Torschütze. Spieler des Spiels zweimal Wu Yong-Jong von Freiburg. Wahnsinn, Mocky-Sex-Verein, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Fabi, einen wunderschönen guten Mittag. Äh, wir können ja mal in die Bundesliga schauen. Wie läuft's in der Bundesliga? Ach so, scheiße, die habe ich ja wieder nicht aktiviert. BVB-Stadion Dortmund. Ähm, die ist ja nicht drin. Stimmt, die Top-Ligen haben wir ja nicht drin aktuell. Die Top-Nation. Können wir gar nicht schauen. So, Flora gewinnt 3-0 gegen Paide. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Das heißt, an denen können wir vorbeiziehen. Wütend. Beleidigt. Ah! Ja. Das waren Verständigungsprobleme, sprachtechnisch, wisst ihr. Ähm, German Shadow, dankeschön für dein Follow. Und Skydiver, dankeschön für 30 Monate mittlerweile schon. Ähm, vielen, 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 vielen lieben Dank. Äh, äh. So. Kurizo. Okay, okay, das ist mir wurscht. Allgemein unzufrieden mit dem Standard des Krafttrainings. Ja, wir haben leider keine besseren Qualitäten. Also Wimsky und Allains, wir brauchen jetzt 6 Punkte, Freunde. Wir brauchen jetzt im Oktober hier 6 Punkte in dieser Woche. Montag, Samstag, spür mal. 6 Punkte Pflicht. Ryan Malone for Ballon d'Or. Update zum Scouting-Fokus ist halt immer noch nichts drin. Muss ich das nochmal anpassen? Ich glaube, ich muss die nochmal ein bisschen bearbeiten, ha? Oh shit, die kann ich jetzt wieder gar nicht bearbeiten. Das schon. Ich versuche mal, Leta im Sturm, der macht bei mir da so viele Hütten. Äh, ja, ich bin aber da eigentlich ganz zufrieden momentan, muss ich sagen. Der Scout ist nicht gerade der Hellste, das stimmt, ja. Das sind sie aber alle nicht, ne? Das sind sie alle nicht. Das ist der Trainer auch nicht, also ich. 6 Vertragsverlängungen haben wir vorhin geguckt, da ging noch nichts. Ich denke mal, wenn wir die 2 gewinnen sollten, könnten wir uns mal um das Thema kümmern. Weil dann sollte das fix sein. Wir haben 5 Spiele, wenn wir 2 gewinnen, sind es noch 3. Dann hätten wir 9 Punkte, die man noch holen kann. Und wir haben 10 aktuell so Vorsprung und würden ja dann auch nochmal 2 Mal gewinnen. Also, das sollte passen. Wenn wir die 2 gewinnen, sollten wir offiziell durch sein. Oder Sinbad offiziell durch. Wahrscheinlich reicht es sogar vielleicht ein Sieg, je nachdem wie die halt spielen, ne? Die anderen dann. Was geht, Schärchen? Welche Lieder hier sind. So, verschieben wir. Frederolik, Grüße. Das Einzige ist nur, wir haben dann unter der Woche nicht so die Möglichkeit, viel zu trainieren. Da müssen wir dann schauen. So. Nome spielt gegen Pernu. Da darf jetzt gerne aber Nome gewinnen mal gegen Pernu. Weil da oben rutschen wir eh nicht mehr rein. Aber damit wir zumindest 4. werden können, das wäre gar nicht schlecht. Aber Hauptaufgabe natürlich, dass wir gewinnen. Die haben ein paar Geld vorbelastet auf jeden Fall. Ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, keine Infos. Ja. Was ist das da für ein Zeichen? Meisterrote Karten. Hat er das jetzt übernommen? Ja, ne? Ja. Okay. So. Durchschnittsnote letzte 5 Spiele. Aber ich gehe da unverändert rein, oder? Glaube ich. Nichtsdestotrotz. Ja. Ja, 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 ja. Wir gehen unverändert rein, Freunde. Wir gehen unverändert rein in diese Party. Ich erwarte einen Sieg. Und ich erwarte Effizienz. Wir erreichen die Mannschaft da nicht so wirklich. Können doch wetten bis zur Halbzeit, Freunde. Fällt ein Tor nach Minute 80. Also bis zur Pause könnt ihr noch wetten, wenn ihr eine Wette abgeben wollt, gegen Wimsi in unseren weiß-grün-roten Trikotspiel. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Trollzocker moin. Was ist hier möglich? Oh. Gut. Also wir brauchen ja wieder eine stabile Defensive. Ich will maximal ein Tor kassieren. Aber natürlich am liebsten gar keins. Und der Expected Goals-Wert soll nicht über 0,7 sein. Ziemlich gleichbedeutend haben wir, dass es keinen Elfer gab. Geht schon mal gut los. Wir müssen unsere Defensive stabilisieren. Das ist so Pflicht. Hario führt gegen Alliance. War abzusehen. Wie gesagt, Nome gegen Perno. Mindestens ein Unentschied. War gut für Nome. Aus unserer Sicht. Iwai. Iwaste. Cureso. Das könnte gefährlich werden. Maninen hat nämlich ein bisschen Platz. Kann in Spielen durchgesteckt. Cureso. Abschluss. Absatz. Aber es sah gut nach Fußball aus. Ich feuere mal an. Ansonsten fallen aktuell weiterhin keine Tore. Küt. Cureso. Ganz wichtig von Maninen. Aber er verliert ihn leider direkt wieder. Klemmer. Gut. Maninen. Küt. Railsner. Schöner Ball durchgesteckt. Cureso mit der Möglichkeit. Cureso. 1 zu 0. Zehntes Saisontor in Minute 12. Cureso macht die Bude. Ganz stark gespielt. Küt auf Railsner. Und der steckt den überragend durch. Und Cureso mit dem 1 zu 0. Tom. Grüße aus der Mittagspause. Grüße zurück. Das ist sehr gut. Sehr, 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 sehr gut sogar. Und die nächste Chance vielleicht hinterherlaufen. Mit ein bisschen Platz kann er in der Mitte den Mitspieler finden. Legt den ab. Evased. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr, sehr gut. Also wir machen momentan den Sprung auf Platz 4. Tulevig darf gern verlieren. Gegen Levadia. Tome. Gut geblockt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Erste Station meiner Journey. Heute liege Kasachstan aufgestiegen. Ein Jahr aufgebaut. Dann Meister geworden. Jetzt Champions League Quali. Uh. Marek. Maschine. Nächste Ecke hinterher. Wieder Jomit. Moin Maxi King. Oh. Ich dachte schon wieder Elfmeter. Beweist. Meichelmann. Evased. Gut verlagert. Lausson. Kommen wir nicht hin. Aber den haben wir. Leta. Ne. Kriegen wir nicht. Küt. Super. Maninen. Küt. Langer Ball. Zu lang für Lausson. Armas hat ihn. Ota. So. Küt. Super. Rauzeb. Sehr schön. Maninen. Es ist viel Harakiri. Aber. Mitte. 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 Maninen. Bam. Erste System Tor. Ilan. Maninen. Ist das gut. Das ist richtig. Richtig gut. Das ist richtig gut. Was sie hier spielen. Zielstrebig nach vorn. Hier. Zack. Bumm. Bumm. Und Bumm. Freunde. Estnisches Tiki Taka am Start. 2 zu 0. Nach 23 Minuten. Haidu führt auch 2 zu 0. Aber das ist uns wurscht. Wenn. Müsst Levadia ein Tor machen. Levadia dürfte gern treffen. Die treffen. Ich will nichts sagen. Aktuell sind es 8 Punkte. auf Platz 2. Auf Platz 2. Dann macht Eichelmann ausnahmsweise mal einen Fehler. Bumm. Also ich glaube. Der geht natürlich rein. Der geht natürlich rein. Der geht natürlich rein. Ähm. Ich glaube das Erfolgsrezept mit der Truppe ist wirklich. dass wir einen Eichelmann in. Ähm. In. 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 Da muss er rein. Wenn Eichelmann nicht funktioniert. Kriegen wir Probleme. Und vorne brauchst du halt irgendjemanden der die Buden macht. Aber das kriegen wir schon hin. Oh Zapp. Langer Ball. Lauzon. Kriegt den. Legt den ab. Correso. Correso kein Abseits Lauzon glaube ich. Na gut. Was ist das für ein Liegensystem? Äh. Man spielt gegen jeden 4 mal. Rautzap Evaced Außenverteidiger nicht so gut grad ne? Nicht zum ersten Mal. Oh oh. Oh oh. Gut geblockt. Komm hin. Gut. Oh. Wäzen mit dem Foul. Domett steht bereit. Puh. Wimsi wird besser. Gut geklärt. Hi. Nein. Abseits oder? Boah. Ich dachte es mir. Also Expected Goalswert haben wir schon mal nicht geschafft. Das was ich wollte. Das eine Gegentor ja. Wenn es dabei bleibt bin ich insgesamt zufrieden. Uiuiuiuiui. Ähm. Müssen definitiv noch einen Gang zulegen. Rein in die zweiten 45. Letzte Chance für euch nochmal in die Wette reinzugehen. Fällt nach Minute 80 noch ein Treffer. Ja oder nein. Viel Erfolg. Correso. Okay. Tulevic liegt immer noch hinten. Also wenn es so bleibt wäre das ein richtig richtig guter Spieltag für uns. Railson. Correso. Correso. Nicht schlecht. 3-0 Jairo. 1-1. Tulevic mit dem Ausgleich. Und Wimsi kommt. Colist. Verlagert den auf Hi. Rauzep. Gut geklärt. So halbwegs. Und dann ist Tom da hart. Den pflückt den runter. Sehr gut. So ich gebe mal Konzentration mit. Correso legt den quer. Macht er gut. Lauson. Abgefälscht gibt die Ecke. Oh. Wenn er da frei zum Schuss kommt. Dann wird es richtig gefährlich. Amas hat ihn. 35 Minuten noch zu spielen. Gut. Sehr gut. Macht bitte irgendwie das 3-1. Pernu führt gegen Nomme. Mann, 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 Mann. Also Nomme. Keine Ahnung warum die auf einmal so dermaßen verkacken. Das ist ja Wahnsinn. Railson. Sieht er den Mann? Er sieht Lauson. Was ein genialer Ball. Lauson kriegt nochmal die zweite Chance. Correso. Leg ab. Evaste. Wenn wir noch abschlussstarke Außenverteidiger hätten. Tulevic dreht und führt. Uff. Tom hat den. Ich bin am überlegen. Aber Rautzap ist das Problem. Wir haben halt keinen anderen. Ich glaube ich bring wieder Livin für Evaste. und ich bring mal Tame vorne rein. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl jetzt bei ihm. Tame Ork. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihm. Lauson. Railson. Correso. Ecke. Wechsel. Tame jetzt drin. Ecke. Ecke. Jürgen. Cureso. Eichelmann. Eichelmännchen. Mehr fordern. Ecke. Wimsi. Weg, 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 weg. Passt mir hier auf. Flanke. Küt. Tumit. Klemmer. Rautzap. Und den haben wir. Und jetzt ein langer. Und jetzt ein langer. Kontern, 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 kontern. Ganz stark von Leta. Überragend von Leta. Railson mit ganz viel Platz. Railson legt er ihn quer. Er legt ihn nicht quer. Holt zumindest mal eine Ecke raus. Nächste Chance für uns nochmal einzugreifen. Maninen hat halt die Bude gemacht. Cureso will ich nicht rausnehmen. Railson auch nicht. Ich bring wieder Lok. Wir bringen ihn trotzdem. Wir nehmen Maninen raus. Erstes Saisontor. Aber frische Kräfte. Die Lok kommt rein. Eichelmann kommt nicht an den Ball. Nochmal rausgelegt auf Jürgen Cureso. Abgelegt auf Lok. Der vertändelt leider den Ball. Küt. Kommt nicht an. Zweiten Ball. Gewinnen wir. Lok. Tame Ork. Kommt nicht ran. Klemmer. Rautzap. Wichtig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Cureso. Küt. Lok. Railson. Oh, gut gespielt. Cureso mit Platz. Cureso. Mitspieler nicht da. Trotzdem abgelegt. Railson. Abgefälscht. Und nochmal Lok mit der Schusschance. Und er macht ihn nicht. Leckumio. Was ein Schuss von Lok. Aber irgendwie abseits glaube ich. Ein Wechselfenster haben wir noch offen. Küt zieht gelb. Jetzt ist die Frage. Naja, warten wir mal ab. Ich könnte theoretisch schon Kuzadek jetzt reinbringen. Weil Küt wird im nächsten Spiel... ...nicht spielen. Ich traue sie mir jetzt zu. Kuzadek rein. Und ich bringe Meitler für Cureso vorne nochmal in die Sturmspitze. Die letzten beiden Wechsel. Freunde. Keine Ahnung, ob es die richtige Entscheidung war. Ich weiß es nicht. Und wenn jetzt kurzer R5 Meter verursacht... ...stoße ich den ab. In FIFA würde man sagen... ...abstoßen. Freistoß. Tomeet. Rauzepp. Klärt den gut. Cureso. Guter Ball. Tame. Ja. Spiel ihn. Spiel Tame. Tame laufen. Spiel. Tame laufen. Spiel. Tame laufen. Ja, ja, ja. Haben wir den? Ja, ja, ja. Tame quer. Tame quer. Tame quer. Tame quer. Tame quer. Nochmal quer, quer, quer. Ja. Ja. Tame auf Lock. Tame auf Lock. Beide eingewechselt. Überragend. Überragend. Sehr gut. Wette drin. Wette drin. Stimmt, Wette war ja. Sehr gut. Wir holen unscheinbar, den sich jetzt bleibt. Bei einem Gegentor. Nichts mehr zulassen. Wir gehen ein bisschen auf Defensiver. Tulewig mit der Entscheidung 3-1. Pernu führt gegen Nomme. 4-1 Tulewig sogar. 90. Minute. 4 Minuten Nachspielzeit. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Letzte Aktion. Sehr schön. Meitler nochmal, kommt da nicht ran. Schiedsrichter wird jeden Moment abpfeifen. Und dann nehmen wir hier einen ganz wichtigen Sieg mit. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Defensiv aber echt ein bisschen viel zugelassen. Alle begeistert. Sehr gut. Jerva, Spieler der Woche. Bei Haidu. Die Maschine. Ja, Herr Trollzocker, wir haben soeben gewonnen. Wir haben soeben ganz wichtige Punkte eingefahren. Gott sei Dank. Kann das jemand Klippen oder DB schicken? Eine Lok, die pünktlich da ist, wo sie sein muss. Wahnsinn, oder? Das gibt es hier nur im FM. Das gibt es hier nur im FM. So, Küt fällt aus. Das heißt, dann können wir schon mal in die Taktik reingehen. Und Kutzer Def spielen lassen. Und Sami Dingens kommt mit für Küt. Sonst werde ich auch da nichts ändern. Das Einzige ist Eichelmann. Kriegt drei Tage Pause. Soll sich um die Kinder kümmern daheim. Abstieg noch drin? Ich glaube, leider schon, oder? Was haben wir denn? 48, 11 Punkte. Ja, vier Spiele. Wir müssen gegen die gewinnen, dann sind wir durch. Halt, stopp, stopp. Komm ich noch ins Training rein? In der Chikeria. Ja, sehr gut. Erstes Spiel gegen Alliance haben wir 5-2 gewonnen. Sind wir jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen? Nee. Seit 4. 5 Gegentore in 4 Spielen. Ist okay. Aber geht noch besser. Wobei die auch noch gegeneinander spielen könnten. Vielleicht bist du schon durch, ja. Aber dann können wir es zumindest so ganz offiziell machen. Jetzt mit einem Sieg. Timson, Felix, danke für die Folos. Welcome. Willkommen, willkommen. Na ja. Beim Nichtabstehen gibt es dann Wodka in der Kabine. Reindas, wo muss das? Flora ist grün markiert, weil das unser Partnerverein ist. Hab heute Nacht geträumt. Freiburg und Meister und Marokko geben die WM. Nice, Geki. Flora ist aber schon, bevor wir angeheuert haben, der Partnerverein gewesen. Also damit haben wir nichts am Hut. Gut. Minero, Trainer, sorgt mit Copa do Brasil. Sieg für Freude beim Vorstand. Gigi, Minero. Cruzeiro leider nicht gewonnen. Da würde er sich ärgern, der Terry. Da würde er sich ärgern, der Terry. Rasmus Rüttli. Also wenn das durch ist, dann können wir uns nämlich auch ein bisschen um vertragstechnische Inhalte kümmern. Und um neue Transfers und Co. Elf Punkte auf Platz 2, Elf Punkte auf dem Abstiegsplatz. Mehr Mittelfeld geht nicht. Ja, wir müssen halt irgendwie Vierter werden, finde ich. Wenn wir Vierter werden, ist der Vorstand zufrieden. Und darum geht's. Elf war auf dem Weg zur neuen Rekordpunktzahl. Elf hat bereits 48 gesammelt. Dann wird das ein neuer Vereins eigener Rekord in Sichtweite. Oh, 56 Punkte wäre ein neuer Rekord. Stark. Oberes Mittelfeld, Fritzi. Was auch immer das genau bedeutet bei 10 Mannschaften. Aber ich würde mal sagen, Platz 4 ist bei 10 Mannschaften oberes Mittelfeld, oder? 4 und 3. Früher Anschluss, kein Vorteil, was auch immer. Haidu gewinnt 3-0 gegen Nome. Also mit einem Sieg wären wir bis auf 3 Punkte dran, sogar am dritten jetzt. Und Tulefik kann mit einem Sieg so gut wie safe die Playoffs fix machen. Ich weiß nicht, ob wir danach gegen Tulefik spielen. Das wäre natürlich geil. Ne, gegen Nomi erst. Aber wir spielen gar nicht mehr gegen Tulefik. Gegen Nome noch und gegen Haidu und Pernu. Also kein leichtes Schlussprogramm, außer jetzt Allianz. Die letzten 3 werden echt nochmal hart. Die letzten 3 Games werden echt nochmal richtig, richtig hart werden. Abstiegskampf nähert sich dem großen Showdown. Flora spielt gegen Wimsy. Dann nehmen die sich eh Punkte weg. Also an dem Spieltag können wir jetzt den Klassenerhalt fix machen. Wahrscheinlich schon mit einem Unentschieden. Vielleicht sogar werden wir verlieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du sprichst alle Namen falsch aus. Das kann absolut sein. Das kann absolut sein, Trollzocker. Ja, ich weiß, dass ihr unzufrieden seid mit dem Krafttraining. Wir haben leider keine besseren Trainer. Freunde der Nacht. 4, 2, 3, 1. Ne, 4, 3, 3 spielen die. Ich gehe mal hier auf Kontrolliert. Mehr mache ich aber gar nicht. Umgestellt haben wir soweit alles. Ah, Punta darf nicht spielen. Okay. Wollen wir mal schauen, wie ich dann mitnehme. Okay. Ich tage mir mit nochmal einen Offensiven eher. Lieber nochmal einen Offensiven. So. Nach dem Spiel wäre ich aber erstmal raus. Auch wenn es herzzerreißend ist. Alles gut. Martin Smirnov ist der Trainer, Freunde. Das ist doch auch schon mal eine Ansage. Haltet euch an den Plan. Bleibt geduldig und alles wird gut. Ja, super. Ja, super. Ja, interessant. Weil ich gesagt habe, die sollen im Mittelfeld das Handeln, das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Sagt man das so? Ja. Gegen den Letzten. Deswegen sind die jetzt gerade so drauf. Gegen den Letzten. Na klar wollen wir das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Warum? Hä? Wehe. Ich bin gespannt. Eichelmann. Das ist jetzt Pflicht. Zu Null zu spielen. Wobei die auch oft treffen, komischerweise. Railsner querlegen. So halb quergelegen. Correso nochmal quer. Railsner. Ja. Oh, abseits. Aber nicht mal eine Minute auf der Uhr gewesen. Erster Treffer. Correso. Hallo, Jürgen. Mach es wieder, Jürgen. Berührt das Netz oben. Stark von Jürgen. Also stand jetzt werden wir gesichert. Lieb ihn. Sehr schön. Kasklar. Drauf, 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 drauf. Hallo. Eine rausschieben. Kasklar. Kressler. Jetzt komme ich in die Zweikämpfe gerade so richtig. Noch mal nach oben gelegt. Und dann sind wir da. Maninen. Langer Ball. Zu ungenau. Kopfball-Duell gewonnen. Sehr schön. Correso. Railsner. Ganz unten. Ja. Das war nix. Oh Gott, den Arm spreche ich nicht aus. Schädel hoch. Super, Eichelmann. Correso. Leta. Durchgesteckt. Ball kommt durch. Lausen. Macht den rein. 1-0. Zehnte Saison so. Auch Lausen. Jetzt zweistellig bei den Toren. Fünf Minuten gerade mal auf der Uhr. Dicker Fehler. Und damit die ganz frühe, wichtige Führung. Sehr, sehr stark. Also aktuell. Tabelle ist noch nicht aktualisiert. 51 Punkte, meine Damen und Herren. 56 wäre die Rekordpunktzahl. Und Lausen schon wieder auf dem Weg. Lausen. Schade. Da haben wir es. Drei Punkte weg von Nomme. Und der Klassenerhalt wäre damit natürlich safe. Rautsep sieht gelb. Ich weiß gar nicht, ob der gelb vorbelastet war. Ich hoffe nicht. Wir lassen nix zu, ne? Ja. Sehr, 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 sehr stark. Kein einziger Abschluss von Alliance. Oder Aliens oder so, ne? Sen. Der heißt Lausen. Lausen. Muss ich ihn so aussprechen. Mons. Torinama. Batschkopf. Hamba. Sehr gut, Lieblin. Wir stehen gut. Wir stehen sehr gut. Bin zufrieden. Gibt es hier den fünften Spieltag in Folge ohne Niederlage. Lausen. Schade. Ja, Maxi King. Den werden wir nie verpflichten. Egal wie gut er ist. Aus Gründen. Beruhigen. Ganz geduldig hier. Ganz geduldig. Wir haben keinen Stress. Nichts. Marinen. Railsner. Sehr gut. Schade. Also wenn wir mit einem 2-0 in die Pause gehen, wäre ich da zufrieden. Die Gegner sind so ein bisschen schon platt. Was die Stürmer angeht, ne? Die Offensiven. Die Offensiven wir aber eigentlich auch. Das können wir gut ausnutzen. Canef. Richtig. Railsner hat den. Super. Zieht gut in die Mitte. Macht den Robben. Was ein Ball. Cureso allein vorm Keeper. Macht ihn nicht. Railsner. Was eine Maschine. Kuzarev. Super. Lieb ihn. Also das sieht hier meiner Meinung nach, es ist natürlich nur ein 1-0. Deswegen kann immer alles passieren. Vielleicht jetzt ein 2-0. Latte. Ich werde verrückt. Aber es sieht nach dermaßener Kontrolle aus unsererseits. Das ist schon sehr stark, was wir da machen. Das ist schon sehr, 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 sehr gut, was wir da machen. Gegner natürlich auch schwach, klar. Aber nichtsdestotrotz. Das Einzige, was wir zulassen, waren zwei Freistöße aus dem Halbfeld. Blauzon. Blauzon. Schade. Hast noch kein Angebot aus Finnland oder so. Bisher ist noch kein Angebot reingeflattert. Wenn, müssten wir uns selbst aktiv irgendwo bewerben. Aber mache ich jetzt mal noch nicht. Früher ist der Zeitpunkt, wäre Ende der Saison. Also im Dezember 2022. Also, wo ich wechseln würde, beziehungsweise gerne wechseln, schade, wechseln wollen würde. Jawohl. Seht ihr? Ja. 2-0. Super. Blauzon. Doppelpack. Ähm. Wo ich gerne wechseln wollen würde, wäre, wenn unsere Spieler, die alle, wo der Vertrag ausläuft, wenn die keinen Bock haben zu verlängern, also wenn da wirklich gar niemand bleibt oder irgendwie finanziell das brutal wird, dann würde ich mich mal umschauen. Heißt nicht, dass ich dann auch wechsel, aber dann wird es interessant. Ansonsten will ich eigentlich eh bleiben. Außer es bekommt irgendjemand auf uns zu, wo es wirklich Sinn macht, ne. Aber ich glaube, so schnell geht es nicht. Äh. Wir haben an erweiterte Highlights. Zaki. Reisner. Cureso. Ach. Den holt er raus, der Karniv. Fast das 3-0. Blauzon mit einer 8,5. Reisner. Schade. Nochmal. Leta kommt nicht hin. Also wenn wir noch das 3-0 machen sollten, egal wann, dann werde ich Eichelmann auswechseln. Damit der sich ein bisschen schonen kann. Das ist der, der immer durchspielen muss. Macht, glaube ich, dann schon Sinn. So, letzte Chance wahrscheinlich im ersten Durchgang. Gehört wieder uns. Sehr gut. Lita. Lita. Flanke. Erstmal geklärt. Zweite Chance. Liebhin. Auch gut. Und dann ist Lauchson da. Und damit haben wir den allerersten Headtrick in diesem Save. Meine Damen und Herren. Lauchson mit einem Headtrick. Drei Buden in einer Halbzeit. Hier. Steigt er hoch. Lässt dem Keeper keine Chance. Bomm Tor. 9,5er Rating hat der Kollege jetzt. Aber irgendwie ist immer noch nicht Schluss. Das ist immer noch nicht Schluss. Lauchson abgelegt mal. Minen. Fünfte, 37. 45. Überragend. Ihr macht das großartig weiter so. Und wie gesagt, ich werde aber jetzt den Eichelmann rausnehmen. Und den, das ist die Frage, wen wir bringen. Arthur Lachs. Bringen wir mal den Arthur Lachs. Und ist noch jemand platt? Jürgen kann auch raus. Ich bringe mal Lok für Jürgen. Das hat er sich verdient. Hat er sich verdient. Rein in die zweite Halbzeit. Kein Beispiel an Nomme nehmen. Das ist richtig. Allgemein war auch unsere zweite Halbzeit gegen Alliance oder Aliens richtig schlecht. Wir haben 5-0 zur Halbzeit geführt im ersten Spiel gegen die bei uns. Also als Trainer von FCA war. Und haben dann nur 5-2 gewonnen. Also zweite Halbzeit 2-0 verloren. Aber da kommt Gott sei Dank bisher nichts. Also wir stehen viel besser defensiv. viel, 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 viel besser. Das läuft richtig gut hier. Das ist sehr solide, was wir machen. Da muss jetzt auch gar nicht viel passieren im zweiten Durchgang. Das kann von mir so durchlaufen. Was ist das für eine Liga? Das ist die zweite Liga in Estland. Meidler kommt nochmal rein. Tame Ork darf auch nochmal spielen, würde ich sagen. Und dann bringe ich nochmal den Chaos für den Rautzap. Der hat schon gelb. Das müssen wir jetzt nichts riskieren. Blauson mit einer 9-6. Hedtrick gemacht, der Gude. Spätburgunder. Hallo. Wer ist nochmal die Hymne? Stau-No-Pau. S-T-A-O-N-O-P-A-O. Stau-No-Pau. Stau-No-Pau. Heißt die offiziell? Ermutigen wir nochmal für die letzten Minuten. Nicht komplett da hin reinstellen. Lieb ihn. Bitte zu Null. Bitte, bitte, bitte lass das. So, das wäre überragend defensiv. Das würde mich mehr freuen als der Hedtrick von Laurusson. Erster Schuss aufs Tor jetzt. Taktisch werde ich auch nichts mehr verstellen. Das lassen wir schön auf kontrolliert. Stadion ein bisschen überdimensioniert für Zweite Liga. Eisland, das stimmt. Aber ich glaube, das ist dieses Standardstadion. Jetzt kriegen wir mal ein Highlight von Alliance. Alliance. Oh nein. Und... Abseits 2, Abseits 2, Abseits 2, Abseits 2. Mal Konzentration für die letzten zwei. Plus Nachspielzeit. Und dann ist es amtlich. Wir bleiben auf jeden Fall in der Liga. Und waren damit die Chance, noch auf Platz 3 zu springen. Acht Punkte aktuell weg von Tullefik. Die werden wir nicht mehr einholen bei drei Spielen. Gibt sogar nochmal die Ecke. Ne, gibt's nicht mehr. Aber wie gesagt, Platz 3 noch drin. Und die Rekordpunktzahl. Alle wieder begeistert. Herrlich. Herrlich. Traumhaft. Also wir müssen 5 Punkte holen. Aus 3 Spielen. Um den Rekord einzustellen. Also 2 Siege aus 3 Spielen, dann hätten wir einen neuen Rekord. Komplett neuen. In der 10. Tschüss. Tschüssi. Update zum Scouting-Fokus. Immer noch nichts da. Da kommt einfach nichts bei rum. Wahnsinn. Sodale. Ja. Lock und Rauze fallen beide aus. Sehr herzlichen Glühstrumpf. Und das vor der Partie. Ich glaube, ich lasse trotzdem Lieb ihn dann da spielen. ähm, 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 ähm. You really got me now. Ich glaube, so machen wir das. Und dann schauen wir nochmal ins Training. Kalender. Also, ich würde sagen, wir machen hier Teamgeist. Und machen hier Spieltaktik. Da können wir ruhig ein bisschen Schnelligkeit und Standards. Und da machen wir Automatismen. Automatismen. Das ist nur Spaß, Rippe. Aktuelle Formanalyse. Henry Eichelmann hat öfter als jeder andere Spieler den Ball zurückerobert. Sechs unserer elf Tore entstanden von Positionen nahe dem FC-Mittepunkt. Keiner von 15 Schüssen außerhalb unseres Strafraums endet in Gegentoren. Bei 448 Vorstoßen Vorstößen in unser letztes Drittel haben wir nur 20 Torschüsse zugelassen. Neun unserer 45 Schüsse von innerhalb führten zu Toren. Jeder Fünfter. Sehr viel über die Zentrale. Okay, okay. Okay, okay, okay. Haben wir schon eine Meldung bekommen mit einem Klassenerhalt eigentlich jetzt gerade? Habe ich die weggeklickt? Noch nicht, ne? Vielleicht kommen die erst nach dem Spieltag. Ich weiß es nicht. Und dann müssen wir rein in die Verträge. Ich habe gar keine Lust. Ich will das nicht. Ich kann das nicht. Meine Damen, meine Herren. Lieb ihn auf dem Weg zu Tabasalu. Wir können es ja auch nochmal versuchen. Also. Fangen wir mal an mit dem Torwart. Ne, fangen wir an mit... Höh? Achso, falsch rum. So. Fangen wir mal mit Jürgen. Oh, no. Na ja. Also die können es sich alle allgemein vorstellen. Aber glauben nicht, dass es finanziell gerade Sinn macht. Super. Da freue ich mich natürlich sehr drauf, dass wir da in der zweiten estnischen Liga jetzt auch noch einen Umbruch machen dürfen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ah. Das ist bitter. Aber gut, wir kriegen das schon alles hin irgendwie. Jetzt trainieren wir erstmal. Schauen wir, ob in der Zwischenzeit irgendwelche neuen Infos von den Scouts kommen. Ansonsten müssen wir die im nächsten Stream auch nochmal neu einstellen. Damit das passt. So. Daumen drücken. Tulefik gegen Pernu. Dann soll ruhig Tulefik gewinnen. Dann wäre Tulefik auch so gut wie durch. Und wir... Oh. Zwei rote. Eieiei. Flora. Kämpft sich raus da so ein bisschen. Schauen wir mal an. 37, 37, 38. Da wird nochmal richtig... Wird es nochmal richtig krass. Da hinten drin. Kein Abbruch, Freunde. Kein Abbruch. Spinnt ihr? Spinnt ihr? Wir haben es gut gemacht. Also ich muss wirklich sagen, jetzt nach den ersten Wochen und Monaten hier, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ich bin sehr zufrieden. Ein Delfin sichert sich den Klassenhalt. Ah ja. Das Einzige, was mich absolut unzufrieden stimmt, dass wir halt irgendwie mit niemanden verlängern können. Das stimmt mich ein bisschen negativ, wenn man so will. Oh, der ist in der Conference League sogar eingewechselt worden. Peide. Crazy. Spielt ab und zu. Oder hat schon mal für die Erste also gespielt. Nehmen wir mal an. Perfekter Job für dich. Royal Belgian. Achso, die haben entlassen oder was. The selection process for our new national manager has officially started. Read more on our website. With the publication of the vacancy we've officially launched today, the selection process... Kann man sich da bewerben? Applications must be received before 10th January 2023 after which the selection process will be initiated by the task force. Jetzt sollen wir uns denn echt mal als belgischer Nationaltrainer bewerben? Das setzen wir mal ein Schreiben auf. Warum wir der richtige Mann sind. Wie spielst du defensiv? Gut meistens, Slashbob. Meistens gut aktuell. Das ist gerade die Taktik, mit der wir rumschippern. Also 4-4-2. Außenverteidiger unterstützen, Innenverteidiger verteidigen. Und die Taktik auf ausgewogen. Also relativ wenig eingestellt, weil ich traue dir nicht mehr zu. Die können nicht mehr. Können sich nicht so viel merken. Das wäre jetzt geil. Testspiel. FCL war gegen Güdersloh. Das kommt bei der Vereinszahl aber negativ, wenn du ein Nationaltrainer wirst. Frag mal bei Lesbob nach, wie es bei seiner Journey letzten FM bei Haiti lief. Nürnberg steht vor der Verpflichtung vor Werner Schüler. Wer ist Werner Schüler? Wer ist Werner Schüler? Ja. Wer ist Werner Schüler? Ja. Gut. Ja. Gut. Ja. Gut. Gut. 48 Punkte Abzug für Sport Juancaio. Wenn die 48 mehr hätten, hätten die 73. Oder? Ja. Huch. Sporting Kristall. 77 hätten die. Eieieiei. Was ist denn da passiert? Ich kriege so viele Gegentore, ich habe schon alles versucht. Jetzt schieße ich einfach immer ein, zwei Tore mehr. Das ist natürlich auch eine Idee. Wenn man immer ein Tor mehr schießt, als man kriegt, gewinnt man zu 100%. Köln mit enttäuschendem Einbruch gegen den FC Basel. Die führen Uth und Adamjan, drehen das. Und dann kommt Scholloi und Zekiri. Die Kölner, Freunde. Die Kölner. Das ist eine wilde Liga. Peru ist wild. Peru ist scheinbar wild. So, Hadi Rauzep. Ne. Ne, 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 ne. Möchte ich nicht verfügbar lassen. Möchte ich nicht auch verfügbar lassen. jetzt kommt eigentlich so mehr oder weniger unser Finale um Platz 3 wenn man so will gewinnen wir die Partie ist Platz 3 möglich, wenn nicht dann nicht Levadia gegen Wimsi, es ist ein Abstiegsduell gewinnt Flora sind sie so gut wie durch Wimsi gewinnt, ach du gute Güte 40, 38, 37 hier geht's aber rund hier geht's aber rund Wimsi ist ja süß, Wimsi klingt süß Wimsi Wimsi ja, ich weiß, dass ihr unzufrieden seid ich kann nichts ändern, Freunde ihr könnt ja jede Woche zu mir kommen und antanzen es wird nicht besser So, Hyru soll gegen Perno bitte gewinnen Reißt euch bitte zusammen, Hyru Hyru Sehr gut Also wenn wir jetzt gewinnen, wären wir auf Platz 3 Boah, wäre das stark Jetzt ein Sieg und wir wären auf Platz 3 Wie lange geht's heute? Ich mach die Partie noch dann bin ich heute leider erst nochmal raus ich muss jetzt gleich noch was vorbereiten Ich muss jetzt gleich noch was vorbereiten immer leider noch keine Scout Berichte eine Werbung sozusagen muss ich heute noch vorbereiten viele Zuschauer erwartet, wie viel sollen denn kommen 270 Tickets verkauft, ja der Wahnsinn Pressekonferenz lassen wir sausen wie immer 11 auf dem Weg zur neuer Rekordpunktzahl Das wär so gut Erste Saison und wir holen uns gleich eine neue Rekordpunktzahl Danach geht's halt gegen Hyru Also Nomme müssen wir gewinnen Hyru werden wir höchstwahrscheinlich verlieren gehe ich mal schwer von aus FC Tallinn steigt übrigens auf also die werden wir nächstes Jahr sehen aus der Easy Liga B in unsere Easy Liga und am letzten Spieltag weiß ich schon gar nicht mehr gegen wen es geht ich glaube gegen Pernu Das schauen wir uns dann danach wieder an Pressekonferenz bringt was für deinen Ansehen Ja ich würde die gerne rausnehmen weil die nervt Ich würde gerne dieses Presse-Thema komplett rausnehmen ohne dass es Auswirkungen hat also negative zumindest Sehr sehr gut läuft's Sehr sehr gut Wenn wir jetzt gewinnen wären wir Dritter Beste Platzierung dann aktuell die wir die wir inne hätten wovon wir nie geträumt hätten weil Nomme war so weit weg aber die haben einen kompletten Einsturz Wahrscheinlich die formtechnisch schwächste Mannschaft das ist nicht viel schlechter als Alliance als der letzte Stabil ja Fünf Spiele in Folge nicht mehr verloren jetzt Defensive gefixt Ganz entspannte Standardmäßige 4-4-2 und das läuft soweit Problem ist halt nur dass wir jetzt leider ein paar Ausfälle haben also Libin spielt er normal nicht Gut das passt dann schon aber Schauen wir mal Ich muss die beiden mal ein bisschen decken Ah scheiße Einen müssen wir mitnehmen Dann nehmen wir den Hurt mit für den Käse Okay Gehen wir es an 14.12.2022 Letzte Partie für heute für Mittwoch Daniel Mayel ist der Trainer 4-3-3-System beim Gegner Was schon machen wir denn? Aktuell ist der die Formtabelle noch mehr auf 9 wenn wir 2. weiter sind zeigen wir ihnen warum Let's go Das wäre da draußen wirklich nicht ideal welche Auswirkungen hat das auf die Partie Gute Form sorgt für Selbstvertrauen das wollen wir nutzen Also Auf geht's los geht's Rund geht's Freunde Ist der Trainer für etwas Höheres berufen? Das ist jetzt das erste wichtige Spiel sozusagen Also ist auch nicht schlimm wenn wir es verlieren Aber das ist jetzt mal so ein Gradmesser Moin Tobi Das ist jetzt mal so ein richtiger Gradmesser um zu schauen ob wir auch mit den vermeintlich Großen mithalten können auch wenn Nomme aktuell Grad nicht gut ist Aber die stehen ja trotzdem nicht umsonst auf 2 Die müssen ja irgendwann die Punkte geholt haben Rande Noch geblockt gibt die Ecke Erste Ecke der Partie Fakbongue Den haben wir schon im ersten Spiel gehört den Namen Nilop Fakbongue Gut von Küt Kureso Ja Also Nomme legt los Macht den Auftakt Einwurf Manninen Gut Kureso Kureso Kann er den querlegen Ne macht selbst Kriegt den nicht aufs Tor Savitski Abschluss Anfangsphase hat viel Geht's rund Lieb ihn Auf neuer Position Ball kommt nicht Anilop Filatov Baranov Dann wieder der lange Ball Rande ist durch Ach das 1 18 Tessi So ein Tor Beter Bitter Top chance Und eiskalt genutzt Aktuell rutschen Wieder auf Platz 6 ab Das ist natürlich denkbar beschissen Muss man leider sagen Wie kam die Entscheidung mit der zweiten Estnischen Liga? Wir haben einfach eine Journey gestartet, also sind vereinslos und mit dem schlechtesten Trainerschein, den man haben kann, rein und hab geguckt, wer auf uns Bock hat und einer der Vereine war dann eben, der FC Elfer und hat eigentlich so das Gesamtpaket gepasst, also wir hatten Spieler, die es in echt gab, jetzt keine generierten Spieler ähm der Verein war nicht ein Amateur, sondern semiprofessionell, wenn wir den Pfosten treffen und deswegen dachten wir, das ist ein ganz guter Start bitter, dass der nicht reingeht bisschen mehr Glück und es steht unentschieden Tulevik mit Maus gleich wir müssen natürlich auch gucken, weil Nomme macht damit nochmal Druck nach oben, auf Tulevik aber alles in allem ist es gerade ein bisschen zu wenig der Mixer Eichelmann, Maninen Cureso Railsen Railsen die bringen halt nix, ne von da so, mehr fordern machen wir jetzt mal einmal nicht aufgepasst ansonsten kommt von Nomme da auch nix also ich glaube, wenn wir eine Bude machen dann fangen die wieder das Zittern an mit der Form, die sie gerade haben aber wir kommen irgendwie nicht nach vorn fünf Minuten noch geht nix jo, Panther, klar klar bringt das was aufpassen wir gehen in die Pause 0-1 ich will eine deutliche Leistungssteigerung war ein da, mehr mache ich gar nicht, mehr sage ich nicht nur mal Mittelfeld kritisieren für die Offensive, für die Kreativität, dass wir da ein bisschen besser werden und wenn es die machen die nicht, war aber auch abseits Schiedsrichter hat die Fahne gehoben oder wie sie nicht da ich glaube ich warte bis zur 60. warte gleich bis zur 60. dann mache ich hier auf Offensiv unten ich mache schon drei Gelbe, vielleicht fliegt da auch noch einer ich mache jetzt schon Offensiv und Anfeuern ist zu wenig, Freunde, das ist einfach zu wenig dumm hat ihn macht er jetzt mal was nach vorn, Mensch jawohl wow, Timme Eichelmann kommt nicht ran nochmal die Chance Lausen bringt den Cureso köpft den da drüber was eine Riesenmöglichkeit eigentlich Elfer im Aufstiegskampf er ist doch kein Flachwitz hallo jetzt Roswin Eichelmann Lausen wird eigentlich gefault ne, wird er nicht durchgesteckt Lausen, mach ihn das gibt's nicht, Latte zweiter Aluminium-Treffer aber die Taktik fruchtet wir werden besser führt der Gelbe ausschauen jetzt 90 wird Stand-Up-Comedian wird ein bisschen schwierig, glaube ich bin übrigens wieder auf Platz 6 so ne Scheiße hier so, wir schauen mal wie wir wechseln können ähm, ich nehm Cureso raus bring Meidler ich nehm Rilesen Rilesen raus bring ach scheiße Lok ist ja nicht mit dabei ne scheiße, scheiße, scheiße scheiße boah, ich kann so machen mach mal so zeigt, was ihr drauf habt let's go wer Linksverteidiger kann kann auch Rechtsverteidiger zumindest halbwegs bei uns anders geht's ja nicht wir haben keine wir haben keine zwei Rechtsverteidiger Eichelmann auch schon völlig K.O. hat gelb gesehen Eichelmann fällt übrigens gegen Heiri hat Dings aus im Topspiel ne, super das ist natürlich super ähm dann werde ich aber auch direkt mal Kutzareff spielen damit die sich schon mal eingrooven die zwei und vorne bring ich nochmal Tamme für ihn hier naja mehr brauchen wir nicht machen ne das lassen wir sehr schön letzte Viertelstunde gestern zu gutem Network Safe Saison 2 2. Liga ich Sandhaus Mitspieler zum abgestiegenen NFC gewechselt wir spielen beide oben mit uns richtig heiß auf unser Spiel 15 Minuten Einwurf Beifelus Konter kein Tor Rest des Spiels läuft ohne Highlight durch Stark Sven Passt die Entscheidung Mehr fordern Kommt nimmt irgendwie zumindest einen Punkt mit irgendwie ein Pünktchen 5 Minuten wir sind auch sehr offensiv warum ist FIFA schon wieder dead ich finde es nicht dass dead ist also mir macht sehr viel Spaß mir macht sehr viel Spaß zwei Minuten immer auch alles eingerichtet sehe mich bei Sunderland. Weiß aber irgendwie noch nicht. Uh, Sunderland wäre gut. Jetzt vielleicht die Chance. Tamme erobert den. Ja, wir den durchstecken, aber es ist zu wenig. Langer Ball. Rande. Abseits. Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf. Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber die Chance kriegt Nomme. Und es gibt den Elfmeter natürlich. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist wieder soweit. Kuzarev spielt Elfmeter. Auch wenn er nichts dafür kann. Und er geht rein. Das war's. Wir verlieren Chat. Wie immer. Das ist leider die Niederlage. Damit wird der Rekord jetzt unfassbar schwierig. Leda sieht auch noch, gell? Herzlichen Glückwunsch. Schade. Damit wird es jetzt unfassbar schwierig, den Rekord zu holen, weil wir jetzt gegen den ersten spielen. Also wir werden jetzt keine sechs Punkte holen. Und fünf können wir nicht holen in zwei Spielen. Das wird schwierig, wenn dann nur sechs. Ich bin stolz auf euren Einsatz, auch wenn es nicht hat sein sollen. Ist so. Heute gab es Licht und Schatten. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Ah, da ist es noch auf der Auswahl. Ist das sehr gut. Bei dem Verein ist Hopfen mal Zoller. Da kann ich mal Star-Trainer Hörsch helfen. Doch, 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 doch. Kommt der Rekord nächste Saison zum Aufstieg. So. Geht mir auch immer so, wenn ein gutes Team komplett in der Krise ist und ich eigentlich Favorit wäre, spielen die gegen mich immer normal. In Anführungszeichen. Ja, kann trotzdem passieren jetzt hier, ne? Sehe ich jetzt, ist jetzt, ist jetzt nicht schlimm. Das Problem ist, Eichelmann und Iwaste oder Iwaste fehlen. Und wir spielen halt jetzt gegen den Ersten dann. Gegen Jairo. Jairo und Pernu. Gegen den Ersten und Fünften. Also wir sind auf jeden Fall, das können wir jetzt schon mal festhalten, wir sind auf jeden Fall schlechtestens Platz sechs und bestens muss man eigentlich sagen vier. Irgendwas zwischen sechs und vier. Ich würde halt gerne noch an Pernu vorbei. Ich hoffe, die spielen noch gegen den Guten. Die spielen gegen Flora. Schmarrn, warte mal, das ist die. Hä? Bin ich falsch? Mach's mal lieber so. Pernu-Spiel gegen Peide. Direktes Duell, das ist schon mal gut. Die nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Und dann spielt Pernu und Peide. Peide gegen Wimsi. Für die geht's noch um alles. Pernu gegen uns. Naja, mal schauen. Mann, Maverick. 38 Booten hat er gemacht. Ich meine, es sind auch 34 Spiele, aber trotzdem. Boah. Ich weiß nicht, ob der noch drin ist, Egor. Ich weiß nicht, ob er noch drin ist. Ansonsten Ausbruchzeichen FM für den günstigsten Preis. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Wir nähern uns dem Saisonender. Es sieht sehr, sehr gut aus. Nichtsdestotrotz. Ich bin sehr zufrieden, wie wir uns da weiterentwickelt haben. Das heißt, im nächsten Stream, Schrägstrich in der nächsten Folge, geht's rein, Kaderplanung. Verträge verlängern. Und abhängig davon dann schauen, wen wir noch als Neuzugänge vereinslose Spieler und Co. dazunehmen können. Wird nicht leicht, aber ich bin guter Dinge, dass wir da auch wieder einen guten Kader für nächstes Jahr hinstellen. Und dann gucken wir auch, ob es schon Angebote gäbe, ob wir schon wechseln können. Aber ich glaube fast, wir werden noch eine Saison bei Ava bleiben. Das ist, glaube ich, der Plan.